Ich für meinen Teil kann es schon seit längerem nicht mehr hören. Wenn uns unsere geliebten Politiker und unsere besten Medien ständig verkaufen wollen, was für ein reiches Land wir doch sein. Ja, eins der reichsten Länder der Erde sogar. Bla, bla, bla. Denn die Wirklichkeit sieht mittlerweile wesentlich anders aus. Eine neue Studie zeigt, dass Deutschland mittlerweile bei den westlichen EU-Ländern hinter Portugal die zweitärmste Bevölkerung hat. Noch ärmer sind lediglich die Länder, die früher hinter dem eisernen Vorhang lagen. Denn die Deutschen sind mittlerweile die armen Würstchen der EU. Der Weltreichtumsreport zeigt, wie arm die meisten Deutschen wirklich sind. In den Ländern der alten EU liegt nur Portugal hinter Deutschland. In den meisten Ländern besitzen die Bürger mehr als doppelt so viel Vermögen wie hierzulande. Nur die Bevölkerung in den Ländern, die jenseits des eisernen Vorhangs lagen, ist noch ärmer. Deutlich wird das, wenn man den sogenannten Medianwert des Vermögens und nicht den statistischen Durchschnittswert betrachtet. So macht es der renommierte Global Wealth Report des Credit Suisse Research Instituts, das jährlich die weltweiten Vermögenswerte analysiert. Im reinen Durchschnitt heben die vielen Reichen und Superreichen in Deutschland den Wert im Vergleich nach oben. Der Medianwert begrenzt den Einfluss von Ausreißern und zeigt die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung. Am deutlichsten sieht man den Effekt in den USA, einem Land mit extremem Einkommensunterschieden. Das Durchschnittsvermögen beträgt dort 388.600 Dollar. Der Medianwert liegt bei lediglich 55.900 Dollar. Der Medianwert des Geldwertenvermögens für Erwachsene liegt in Deutschland bei 47.000 Dollar. Von krisengebeutelten Griechenland sind es mit 55.000 Euro 8.000 Euro pro Nase mehr. Dass die unmittelbaren Nachbarn Holländer 94.000, Dänen 87.000 Dollar, Belgien 168.000 Dollar reicher als die Deutschen sind, kann kaum verwundern. Man sieht es bei jedem Besuch. Erstaunlich allerdings, dass Franzosen 120.000 und Italiener 125.000 mehr als doppelt so reich wie die Deutschen sind. Liechtenstein 168.000 und Schweiz 229.000 bilden erwartungsgemäß die Spitze. In den alten Ländern der EU liegt nur Portugal mit 38.000 Dollar hinter Deutschland. Fairerweise sollte man nicht vergessen, dass das Ranking beim Thema Jahresankommen anders aussehen würde. Und das auch, wenn man die Medianwerte betrachten würde. Dieser Absatz bezieht sich wohl darauf, was man brutto am Monatsende auf der Gehaltsabrechnung sieht. Aber dann kommen die Abzüge. Und da scheiden sich dann die Geister. Denn Deutschland ist hier eins der Länder mit den höchsten Abzügen. Da sieht es in den anderen europäischen Ländern wohl erheblich besser aus. Aber bei der Verarmung der Deutschen ist da auch noch jede Menge Luft nach oben. Wenn zum Beispiel nächsten Monat die Lkw-Maut umfasst das Doppelte erhöht wird. Und im Januar dann, Gott sei Dank, noch die CO2-Abgabe steigen wird. Denn damit verteuert sich das Leben wieder auf ganzer Linie. Egal ob bei Lebensmitteln, Heizen, Fahren und ich weiß nicht was noch allem. Und wenn dann zusätzlich noch die Industrie abwandert, dann sind wir auf dem besten Weg, aus einer Industrienation ein drittes Weltland zu machen. Da kann man dann nur sagen, goodbye Deutschland. Robert Habeck und seiner ganzen Ampelregierung zum Dank.